Hier präsentieren wir die 5 beste Schwingschleifer-Test. Lass uns anfangen! Liste zu Start Nummer 5. Einhell-Schwingschleifer TC OS 1520 1 Der Einhell-Exzent der Schleifer TC OS 1520 1 ist ein erstklassiges, nützliches Gerät, das seine Ausdauer insbesondere beim Schönen von sandigen Oberflächen zeigt. Der Halter des beliebigen Bahnschleifers ist zusätzlich ideal für Schleifpapier ohne Klettverschluss. Dank der wohltätigen, ergonomischen Halteflächen mit weichem Griff liegt der Einhell TC OS 1520 1 Exzent der Schleifer angenehm in der Hand und kann genau geführt werden, um optimale Schleifergebnisse zu erzielen. Der praktische Staubentfannungsadapter ermöglicht den Anschluss einer externen Schmutzabsaugung zur geraden Entfernung des Schleifstaubs. Nummer 4. Tag-Life-Schwingschleifer PSS 02 A Mit dem Schleifkissen 230 x 115 mm können Sie Ihre Arbeit schneller erledigen. Die 14 Staubentfannungslöcher an der Basis sorgen dafür, dass der Staub effektiv entfernt wird und sorgen für eine ordentliche Arbeitsatmosphäre. Die Staubbox mit Verschlusskonstruktion schützt die Staubbox vor dem Herunterfallen und hält sie während des Betriebs in einer sauberen Arbeitsumgebung. Sie verhindert effizient alle möglichen Probleme, die mit der Schmutzbox verbunden sind. Der Mikrofilterbehälter sammelt das Pulver besonders erfolgreich an und filtert auch Schmutz in der Luft. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Bosch Schwingschleifer PSS 200 A Der Exzenterschleifer liegt angenehm in der Hand mit den großen Softgrip-Pads auf dem ergonomisch gestalteten Gerät, das sowohl für Einhand- als auch für Zweihandverfahren geeignet ist. Linkshänder können die Mühle ebenfalls angenehm und einfach nutzen. Mit einer Schleifplattenabmessung von 92 x 182 mm bewertet der Hersteller nur 1,6 Kilo. Mit der haltbaren Schleifplatte können auch große Flächen schnell geschliffen werden. Die geringe Größe bedeutet, dass sowohl Ecken als auch Kanten zusätzlich perfekt bearbeitet werden können. Das Bosch Mikrofilter-System sammelt den Staub in einer halbtransparenten Kunststoffbox, in der der Do-It-Yourself-Fan die Füllmenge regelmäßig überprüfen kann. Die Box ist einfach zu leeren und kann vollständig verwendet werden. Nummer 2. Einhell-Schwingschleiferteur Ost 2520 E Jede Person, die andere unserer Stromversorgungsprüfungen erkennt, kennt höchstwahrscheinlich den Namen Einhell. Der Hersteller aus Landau an der Isar in Bayern entwickelt ständig erschwingliche, aber gut produzierte und unkomplizierte Geräte. Der Einhell-Tür Ost 2520 E Exzenter Schleifer ist keine Ausnahme. Die Maschine im Hersteller-Typischen Rot gehört zu den wesentlich wirksameren Wirkstoffen ihrer Gruppe. Mit seiner riesigen feinen Sandscheibe ist er genauso großzügig dimensioniert wie der Marfell Uva 115 E und mit 2,3 kg praktisch genauso schwer. Die Mühle besteht auch aus einem leistungsstarken Motor mit einer Leistung von 250 Watt sowie allem, was von einem solchen Werkzeug erwartet wird. Und die Nummer 1 unserer Liste. Bosch Professional Schwingschleifer GSS 160 bis 1A Multi Der Bosch Professional GSS 160 bis 1A Multi ist günstiger als der Testsieger. Das Gerät ist schön und auch winzig sowie tragbar. Regelmäßig von Bosch, gut verarbeitet und zeichnet sich besonders durch seinen ruhigen, vibrationsarmen Betrieb aus. Im Gegensatz zum ebenfalls untersuchten Bosch GSS 23 E ist das erste, was Sie beobachten, die deutlich kleinere Abmessung. Auffällig ist der runde Schmutzbehälter, der hinten angebracht ist und die Länge der Maschine schnell verdoppelt. Wenn Sie ein Entfernungssystem auf der Website haben, können Sie die Box natürlich schonen. Wenn nicht, ist sie kein schlechtes Werkzeug im Vergleich zum Schleifen von Schmutz. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.